Fahren wir jetzt zurück? Wir fahren nirgendwo hin. Wir haben nichts zu verkaufen. Nicht ein Stück, das wir unser nennen können. Wir brauchen ganz dringend ein paar Drachen. Und zwar schnell. So ein Wunsch ist gefährlich. Macht was? Ihr Ritzung von dir nicht. Was macht das? Eine Entführung? Ja, kann er mit mir reiten, Kanne? Kann er? Du wirst uns den Weg zu Drago zeigen. Drachenreitern dabei helfen, sich in Dragos Lager einzuschmuggeln? Dann bring mich gleich um. Das lässt sich einrichten. Sturmfeier. Lasst fallen. Feines Mädchen. Sturmfeier, hol! Es ist gut. Alles klar. Ich bring euch zu Drago. Klappt immer wieder.